Hi Freunde, Double Feature, Alphabet-Zock. Wir sind beim W wie Wilhelm angelangt, fasst das Alphabet durch. Jetzt gibt es nur noch Y und Z, den Zipper spiele ich dann wieder Double. Ja, und da möchte ich heute auf jeden Fall den Wild Frog und auf jeden Fall den Wild Spirit. Ja, schauen wir mal, was das W uns gibt. Ab geht's. Flup, flup, flup. Ihr wisst es, Leute. Flup, flup. Ihr wisst es. Ja, zocker. Flup. 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 2.05 war mein Tier 5 mal nach Füttlern Füttl 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 Oh. Slup. 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 Slump. Nein. Nein. Oh, wie hunde, habe ich gedacht. Oh, hüpft sie. Macht das noch ein Plumpelchen? Hüpft, 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 hüpft. Möge! Hüpft! Möge! Stöhnen! Acht! Sch! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich bin sicher. Das war's für heute. 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 Oh, das könnte teuer werden. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das war's für heute.